Wie bereits erwartet, hat Apple heute neue Produkte in einer Pressemitteilung anstatt eines Events veröffentlicht und zwar ein neues iPad, ein neues iPad Pro und auch ein neues Apple TV und es gibt auch Infos zu iPadOS 16, iOS 16.1 und dem neuen macOS Ventura und in diesem Video erfahrt ihr alles Wichtige. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu aktuellen Apple Themen und neuen Apple Produkten interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und wir schauen uns direkt nach dem Intro einmal alle neuen Produkte etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Den Anfang macht ein neues normales iPad, nämlich das iPad der 10. Generation und dieses kommt in einem neuen Design und zwar im kantigen Design, welches wir bereits vom iPad Pro oder auch vom iPad Air kennen, in diesem Fall in vier Farben, nämlich einmal in Silber, in Blau, in Rot und in Gelb. Das iPad der 10. Generation hat ein 10,9 Zoll großes Liquid Retina Display, außerdem wurde der Apple A14 Chip verbaut, USB-C ist vorhanden, außerdem eine 12 Megapixel Kamera auf der Rückseite für 4K Video und in diesem Fall auch Touch ID im Power Button, also kein Face ID, sondern Touch ID im Power Button, genauso wie wir das auch bei dem iPad Air der vierten und fünften Generation haben. Ebenfalls mit an Bord ist das neue Wi-Fi 6 und auch 5G, das heißt ihr habt die Option eine 5G Variante auszuwählen, um dann eben schneller unterwegs zu surfen. Neben dem iPad der 10. Generation wurde auch neues Zubehör veröffentlicht und zwar ein neues Magic Keyboard Folio, was eben mit dem iPad der 10. Generation kompatibel ist und im Grunde genommen eine Kombination aus Case und Keyboard, also Tastatur ist und natürlich dann für produktives Arbeiten mit dem iPad verwendet werden kann. Verfügbar ist das neue iPad der 10. Generation ab dem 26. Oktober ab 579 Euro und damit ist es wirklich ziemlich teuer, es gibt weiterhin die 9. Generation bei Apple, das heißt das alte Modell könnt ihr weiterhin erwerben, wenn ihr aber eben das aktuelle kaufen möchtet, dann ist der Preis auf jeden Fall happig und sehr nah dran an einem iPad Air. Neben dem iPad der 10. Generation hat aber auch das iPad Pro ein Upgrade bekommen, dieses bleibt äußerlich gleich, das heißt wir haben immer noch das gleiche kantige Design, dafür jetzt aber den neuen Apple M2 Prozessor für noch mehr Leistung im Gegensatz zum Apple M1. Ihr könnt weiterhin wählen zwischen einer 11 Zoll und einer 12,9 Zoll Variante und die 12,9 Zoll Variante bietet dann eben das XDR Display, bei der 11 Zoll Variante müsst ihr darauf leider weiterhin verzichten. Natürlich ist auch hier WiFi 6, außerdem 5G und USB-C mit an Bord, das heißt für schnelle Übertragung wird hier auf jeden Fall gesorgt. Insgesamt ist das Update auf jeden Fall überschaubar, Apple hat einiges im Inneren geändert, den Prozessor optimiert, aber im Grunde genommen haben wir hier weiterhin ein klassisches iPad Pro, was jetzt eben noch etwas mehr Leistung aufweist. Verfügbar ist das neue iPad Pro ebenfalls ab dem 26. Oktober und erwerben könnt ihr es ab 1049 Euro mit der kleinsten Speicherkapazität in 11 Zoll und wenn ihr dann 12,9 Zoll wollt, müsst ihr mindestens 1449 Euro dafür zahlen. Was mich persönlich sehr freut ist, dass das Apple TV 4K ebenfalls ein Upgrade erhalten hat und zwar wurde hier jetzt der Apple A15 Prozessor verbaut für mehr Leistung, besonders wenn man irgendwelche Spiele spielen möchte, ist es auf jeden Fall ein schönes Upgrade. Außerdem ist HDR10 Plus jetzt mit an Bord und es gibt eine 64 und eine 128 GB Variante im Vergleich zu vorher, wo es 32 und 64 GB gab und bei der 128 GB Variante ist außerdem Ethernet mit dabei und auch der Thread Support wird hier eben mit verfügbar sein, bei der 64 GB Variante allerdings nicht. Wie bereits erwartet hat auch die Siri Remote ein kleines Upgrade erhalten, allerdings wirklich sehr marginal, denn der Lightning Anschluss wurde gegen USB-C ausgetauscht, was ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Apple wird jetzt so nach und nach alles an Zubehör gegen USB-C austauschen und da fangen sie jetzt wohl mit der Siri Remote an und die neue Variante wird jetzt eben mit USB-C ausgeliefert. Verfügbar ist das neue Apple TV 4K ab dem 4. November ab 169 Euro für die 64 GB Variante und für 128 GB müsst ihr 189 Euro zahlen. Neben der ganzen neuen Hardware gibt es aber auch Infos zu neuer Software, denn iPadOS 16 und macOS Ventura sollen beide am 24. Oktober, sprich nächsten Montag veröffentlicht werden, meistens so gegen 19 Uhr deutscher Zeit und ich gehe auch stark davon aus, dass iOS 16.1 ebenfalls am Montag gegen 19 Uhr veröffentlicht wird. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick über die neuen Apple Produkte, die per Pressemitteilung veröffentlicht wurde, geben konnte. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu den neuen Apple Produkten mal gerne unten in die Kommentare. Ich finde sie eigentlich ziemlich cool, besonders das neue iPad und das neue Apple TV, nur die Preise sind wieder mal aufgrund der hohen Inflation und des schwachen Euro Kurses in Deutschland echt ziemlich happig. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare und vergesst auf jeden Fall nicht auch meinen Kanal für weitere ähnliche Videos, auch natürlich zu den neuen Apple Produkten und zu neuer Apple Software zu abonnieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!